Ich bin Jennifer Evans, auch Niki genannt, und arbeite seit etwa 20 Jahren bei der IB Behindertenhilfe. Und ich finde es toll, dass ich meine Begeisterung für die Musik mit allen hier teilen kann, egal ob irgendwie handicapped oder nicht. Und dass wir miteinander Neues gestalten und so wie wir das gerne haben. Also für uns steht der Spaß an der Sache an oberster Stelle und wir lernen nebenbei auch, wie es ist, Regeln einzuhalten, miteinander umzugehen, liebevoll und achtsam. Das finde ich toll. Ja, also ich lerne meine Fähigkeiten zu sehen und diese auch hier mit einzubringen. Und wachse damit auch und kann das auch wieder an Mitarbeiter und Klienten, Bewohner, alles teilen.